Die letzten Ausbeute und Untertrümmung bestehen nicht. Wir haben was anderes vor. Und deshalb sagen wir, A, Antikapitalisten! So, wir sind über 1.500 Leute, das ist super. In zwei Monaten werden wir mehrere 10.000 sein. Das ist eine Einladung an die genossenen, gefährten Freundinnen von nahen und herren. Kommt Anfang Juli 2017 zu den Protesten gegen den G20-Kämpel nach Hamburg. Radikale Linker, die herrschen sehr mit vielen Kämpfern die Störte und wir bleiben vielfältig, solidarisch und unberechenbar. Unsere Sozialzirmen, gerade auch in der Nähe des Auskaufensortes des Dirkfelds, hier direkt um die Ecke, werden Anlaufpunkte für unser Austausch und die Formierung des Widerstandes sein.